Könnt'n Vulkan links halt? Ja, mach'n mal. Also, da bei dem Racing Spot da wieder halt. Hallo? Hallo? Fällt jemand auch grad runter? Nein, nö. Hallo? Geht's? Hallo? Gut! Geht's gut? Vor mir ist einer, der steht auf der Klippe oben auf dem Stein. Der geht rüber. So. Boah, sind da viele Piranillas. Mega viele. Ah, der hat nebengeschossen. Oh, fuck. Warum ist das? Ja, gute Idee. Ich geh rein ohne Staminar. Ich bin tot. Ernsthaft? Nee. Ja, geht noch. Geht noch. Aber ich hab' keine Staminar. Macht's mir leid, ich hab' unter Half-Life. Das ist noch einer. Den anderen seh' ich nicht. Komm, hier ist ein Schwein, hol' ihr halt. Bei mir ist es tot. Hä? Hier, bei mir ist ein Schwein, komm. Hol' ihr halt. Ja, ich bin total low. Ich muss ich das mal... Oh, nee. Pass auf. Fuck off. Komm, 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 komm. Ach so, okay, geht. Ja, ja, geht. Aber ich glaub', der kommt gleich. Hier links ist das Schwein, wo die Fliegen sind. Ich brauch' jetzt erstmal Staminar. Okay, fliege immer noch. Ja, ich bin total low. Kannst nicht vergessen. Ich hol' den Drop am besten oben. Mach' erstmal Haltrüstung, ne? Hab' ich. Hab' ich. Drop ist weg. Wer ist da unten am Strand? Ich bin unten. Ne, 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 links. Links. Weiter links. Sehst du das da, oder was? Wenn ich zum Strand guck? Ne, 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 da ist einer mit Schild. Jo, ich seh's. Oh, da ist Metallschild her. Sorry. Scheiß Fliegen, ey. Sag' ich mal Ruhe jetzt. Ich hab' hier auch voll viele. Nein, die Fresse, ey. Alter, das hört gar nicht mehr auf. Der Zug, Walter. Und Muni. Und Öl. Was fehlt mir denn? Ey, ich krieg'n Rappel hier. Ich urlewichtig rafft gleich aus, und ich krieg'n. Guck'n. 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 Ich hab nicht viel Leben und Pfeile baue ich gerade. Der hat zwei Metallfilter. Ok ich komm. Ah ich hab's genommen. Wo hast du die Nackotrap dahin gelegt? Nö. Ok. Hab ich mal ausgelöst. Wart komm her. Hast du schon? Ja hab ich doch gesagt. Raptor pass auf. Der ist weiter gelaufen. Ne der kommt jetzt. Jetzt taucht er wieder ab. Ne jetzt kommt er. Ja keine Ahnung. Gegen ersten drei Stück. Der eine ist tot. Na gut. Glaube ich. Ja fuck it kum gehen wir hoch. Ja. Scheiß drauf ne. Na außer. Mach dir nur Wassersäcke. Bevor du hoch gehst. Ja. Ey wir müssen unbedingt jetzt rüber. Ja wir können auch wieder hier oben ne. Von der Zeit her. Ja aber das ist glaube ich zu offensichtlich oder? Ich weiß es ne. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber wegen wenig Zeit. Ich denke wir sollten hier hin. Weil wir auch den Drop hier haben. Ich hab Foundation schon. Ok. Ich geh schon mal hoch. Ja ich komm mal. Ja der Drop kommt mal runter. Ja deswegen da passt alles gerade. Wir sollten vielleicht. Eher mittig aufbauen oder? Ich weiß ne. Stell einfach auf. Vier Forges hab ich sogar. So wie eben oder? Ja. Ok. Wieviel Foundation haste? Zwei. Ok. Ok. Offenbar Modelle. Ziemlich viel Titin. Wir könnten ganz ehrlich Dinge machen. Rocket Launcher. Ja. Wenn wir schaffen. Das ist scheiße. Schon wieder. Ich sehe keinen von hier. Drüben bin, ja, alter Stand. Alter Stand. Ähm, weißt du, die teilen wahrscheinlich was. Sind die auf unserer Strandseite, oder? Ne, andere gegenüber waren die vorhin. Ja, aber jetzt? Gegenüber. Ja, aber jetzt? Ja. Ja, ich halte. Mach una Minute. Na, ja? Mal, ja. Ja, weil du so auf der Tag nachfragen, du bist du hast? Ich hab noch nicht mal den Beutel. Ich hab vier Stück, ich kann dir gleich auch noch geben. Hör mal auf. Pass auf, Schwamm. Okay, die können wir ernten. Wir haben nichts. Wir haben einen Raketenwerfer. Soll ich noch einen machen? Ja, mach nur einen. Ne, wir haben keinen Obsidian. Wir haben nur einen Schuss von Raketenwerfer. Jaja, der Drop ist unten in der Schule. Okay. 28. Bring Metall mit. Hab ich. Ist drin. Ey, wir haben keinen Fall war. Ich muss drunter. Nehmt keine Waffen. Okay, wir haben zwei Raketenwerfer Schuss. Ich mach mir noch einen Compound-Pro. Ja. Hast du noch, äh, Muni für die Longneck? Ich hab alles. Ja, äh, ich hab 19 Muni für die Longneck, ja. Ich hab ne Longneck gemacht. Compound-Pro hab ich. Okay. Kannst du mir die Muni geben? Ich hab, ich hab die Muni für den Compound-Pro. Ich mein für die Longneck. Ja. Komm, Smitty. Ich hab 46 Eis noch reingemacht. Noch ne Longneck oder Pumpgun? Pumpgun haben wir Muni da. Hm. Pumpgun, ne? Ja, Longneck. Longneck und Nades müssen wir machen. Ich brauch noch ein bisschen Metall. Okay. Ich hol. Fabricator abreißen. Nee. Nimm... Nee. Pass auf, ey. Nimm die RPG noch raus. Einer muss noch Gewicht skillen, oder? Ja okay, ich kann. Hast du schon mal mit der RPG geschossen? Ja klar. Ja, musst aber aufpassen, gell? Am besten vor den Füßen schießen. Und es darf keiner reinrennen. Haha. Das sollten auf jeden Fall Nades machen, noch. Brauchst du den Fabricator noch? Hatte der RPG raus? Ja, ich hab sie. Nee, brauche ich nur noch. Wegen Metall. Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Nee, Steine. War jetzt ein Mortar ab, oder? Ich hol noch Steine. Ja. Dein Longneck ist drin, ne? Okay. Absteine. Ja. Nimm noch die 5 Granaten. Ja. Shadow Stacks haben wir. Einen Scope noch. Vielleicht, oder? Die Longneck. Okay, hab meins. Können wir sonst irgendwas machen? Ich hab noch mal ne Pistole im Bau. Ja. Muni hab ich rein. Wir haben irgendwie Muni halt. Was hast du denn an Muni? Nein, das hab ich alles in Fabri... äh, in Smitty. Okay. Muni. Das wird nicht mehr falsch nehmen. Äh, wat hast du jetzt? Compoundbogen hast du? Compoundbogen und ne Longneck. Compoundbogen und ne Longneck. Haben wir noch ne Pistole gemacht? Hast du noch Halt? Fiber? Nee. Das ist ein Problem. Ah, ich hab noch Halt. Oh, über 200. Ey, ich brauch Fiber. Das falsche. Fiber haben wir auch nimmer. Ich hab mir die Hälfte Pistole Muni. 25. Nimm deinen Scope noch. Oder hast du... brauchst du keinen? Doch, doch. Cookmeat, hast du auch genug? Wie viel Muni hast du? Pistole? Ähm, kann auch noch mal. 25 hat sich's rausgenommen. Hier, nimm dir noch. 11. Okay. Okay. Ja, kein Fallschirm. Gigi, ey. Hier, dropp ich den. Okay, einen hab ich. Hier, nimm noch einen, dann hat er zwei. Okay. Willst du jetzt schon fliegen, oder? Nee, bitte runterlaufen. Ja. Ich sortier's mal kurz. Kein Bock, das jetzt drüben zu machen. Das ist ja zu gefährlich. Ich hab mir immer so'n Blood-Ex-Check-Teil. Ah, Blood-Ex. Ja, ja, bleibt mir stehen. Warte. Okay. Wann habt ihr zwei, oder einer? Einer. Hä? Ich hab zwei gedroppt. Das ist wurscht. Hä? Komisch. Oh. Scheiß selber. Ja, ich spring jetzt damit. Jawohl. Ja, scheiße. Nee, ich brauch Wasser. Stimmt. Ja, komm, lass mal hier. Stimmt. Ah, nicht. Äh. Pass auf, da ist ein Spieler links wie ein Affe. Okay. Geradeaus vor uns. Keiner mehr. Sauber. Eliminated. Der Affe gehört uns. Ja. Wir müssen auf jeden Fall rüber. Oh, Gigantopithecus. Level 15. Ich baue wilder Wasser-Skins. Aha, ab. Mega-Pyramäle. Ich hab nur zwei Wassersäcke, ich hab keinen. Ah, verdammt. Ach, hier ist der Blood-Pack. Droppe ich dir. Ich kann dir Wassersäcke droppen. Ja. Du hast gedroppt. Ich hab's, ich hab's. Hier. Drei Wassersäcke voll. Sehr geil. Der ist getaint. Ach, ich hab keine Fahne gesehen. Okay. Ja, bei denen zieh's keine. Mal gucken, ob von links was kommt. Guckst du rechts grad? Jo. Ich seh keinen. Rechts. Wo? Rechts. Okay. Oben schon, oder was? Ja. Siehst du nicht? Nein, ich guck grad bei den Rampen. Oh Gott. Oh, zwei wechseln. Okay. Oh. Oh, knapp. Ja. 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 Auch ein Spino. 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 Headshot. Hand. Ah fuck. Dervolt. Ah, ich auch. Der hat sich in diesem Moment bewegt. Ah fuck. Pass auf dem rechtser bis. Äh, auf dem rechtsgebrockene Typ. Okay. Okay. Machst du die Falle? Ja. Ja. Wo ist denn der Typ? Was? Da muss kein Rack sein. Ne, der ist tot. Ich hab nen Headshot bekommen. Wo? Ich weiß es nicht. Okay, der Aftus ist auf neutral. Okay. Da beim Rex. Hab den getroffen? Alter, geht runter? Das ist die Nades, denk dran. Denk an die Nades, ne? Was? Denk an die Nades, wenn was ist. Äh, zieh dir mal was an. Wow, du hast mich getroffen. Sorry. Bin fast tot. Boah. Oh fuck. An mir. Nice. Sauber. Alter. Boah. Ich hatte kurz Knochenbruch gehabt. Glaub ich. Sorry. Ja. Ich hab's auch nicht gesehen. Ach du hast den Rocket Launcher. Geil. Das war der Rocket Launcher. Mit dem hast du einen vom Rex geschossen. Ja genau. Ja genau. Das hab ich gar nicht gesehen. Ich hab gedacht das wär ne Nate. Ne. Das ist scheiße. Geil, dann kriegen wir auch das Achievement. Echt? Ja klar. Ah geil. Ja. Alleine Kills mit dem Rocket Launcher. 607. Schön.